Richtig, anfangen, hinunter zu bürgen, Arme, also Rizeps, fixieren, zusammen drücken, dann in den rechtes Knie hinein, Koppelnunter, Sehen sind hingelegt, nicht aufgestellt, sind erst bei der Aktion aufgestellt, also Uke fängt an, hier nach rechts, Sehen werden aufgestellt, und dann in die andere Richtung. Anschließend versucht Uke, die Hand in die Richtung durch, und sich auf den Bauch zu drehen. Was machst du? Nein, das passt eh so, und du musst aber auf mich drauf. Und Oberkörper auch auf mich drauf. Dann versucht Uke, wegzukommen, ich gehe ein bisschen nach, dann kommen die Beine runter, und ich ziehe ihn wieder zurück. Und mit dem Kopf musst du auf den Bauch mit der Stirn runterdrücken. bitte, gebacken, taxieren. Egal, 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 egal. Egal, egal. Nein, egal. Mal ein bisschen zu. Ah, nein, 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 machest du gut schlecht. Machst du nicht, nicht schlecht, machst du nicht, ist ja so schön, 2 und 3, und rück sich, und dann rück sich, um ein bisschen zu sein, und Dreh! die Asche rechts an und nach links. Dann greife ich und möchte mich auf den Bauch drehen. Er verhindert das. Und jetzt greife ich auf seine Schulter, schiebe mich weg, dann greife ich da bei ihm. Mach die Rolle rüber. Er zieht an. Der war schöner, denn bei dem hast du dich von Anfang an eingedreht. Beim ersten bist du...